Hallo, ich bin die Claudia, ich unterrichte Tango. Seit ich sehbehindert bin, habe ich aufgehört zu schauen beim Tango tanzen. Wenn ich die Angst loslasse, die da irgendwie aufkommt, weil ich sehe den Boden nicht, ich könnte wo anstoßen und die Tausch gegen volles Vertrauen in mich selbst und Vertrauen in meinen Partner, dann wird alles viel leichter. Ich kann jede einzelne Bewegung spüren, die mein Partner führt, ich kann mich viel besser auf die Musik konzentrieren, ich kann den Rhythmus besser hören. Dadurch ist die Verbindung zu meinem Gehenüber viel klarer da, es fließt einfach alles viel besser.